yo servus leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal natürlich wieder neues adventskalender türchen und ihr seht ich bin heute auf tobys kanal das heißt ich reagiere heute auf ein video von tobi und zwar auch auf sein erstes video ja es sind ja eh noch nicht so viele also brauchst du nur runterscrollen dann bin ich schon da sein erstes video war auch die ice bucket challenge und dann kam sein erstes info video und das schauen wir uns heute mal an das wird nur ein kurzes video sein diesmal ja hier ist es ist ein info video die nächsten drei vier wochen weil ich erstmal alles einsteigen muss und ja auf jeden fall bekommt ihr was musst du einstellen das kapiert jetzt nicht aber das sagst du uns bestimmt oder dieses video was ihr jetzt hört morgen aber das wisst ihr jetzt schon auf jeden fall bekommt ihr noch eine fußball challenge die kommt wahrscheinlich am freitag entweder wenn man ich glaube die kam gar nicht oder muss ich dann mal gucken nach dem video ich bin übrigens bei ihm wir wollen es nämlich so machen dass wir es entweder auf meinen oder auf seinem kanal tun und es ist mein kanal und ja das muss ich nochmal anhören nochmal entscheiden sein kanal tun und es ist entweder auf meinen oder auf seinem kanal tun und es ist mein kanal alles klar oder war das was ich oder war die erste fußball challenge von mir die oder ach keine ahnung und ja dann auch noch von mir aus bei mir gibt es auch zocker videos also let's play zum beispiel gta 5 oder fifa 16 auf der ps4 und ja sagt auch was da hatte ich doch ein glastisch den der toby irgendwann mal kaputt gemacht hat wenn du siehst du weißt bestimmt bescheid grüße gehen raus an dich da ist ja wenn ja auch mal dabei aber er so ausmacht und ja da ist wasser schon der abschluss war schon wieder beste hoch Gotta plötzlich im slot nichts medzen besser an schnell mal fußball challenge sehr sicher x allgemein ist auch voll kann personal bis jetzt noch ein Ey, was war das mit Raffi? Dart-Challenge, Alter. Ansonsten. Und die Tisch-Challenge. Das war eh immer noch die Beste. Naja, Spaß beiseite. Das war ein Intro. Sein erstes Intro, das hatte der Faxen. Youtube, mit dem ich mal kurz Stress hatte, gemacht. Und ja, dann habe ich ihn auch noch eins gemacht. Das hat er dann auch genommen. Das hat er immer noch. Ist nicht schlecht, finde ich. Okay, ich habe es selber gemacht. Da hat er mehr Intro's hochgeladen als Videos. Kann man fast so sagen. Die Urlaubsvideos waren immer noch besser. Da muss ich auch. Die muss ich mir irgendwann mal wieder reinziehen. Oder so. Hat er jetzt 60 Abonnenten. Also, jetzt eine Aufgabe. Ihr abonniert ihn jetzt. Dass er 100 Abonnenten bekommt. Dafür gibt es ein richtig krasses Special-Video mit ihm. Wenn ihr das wirklich sehen wollt, dann macht das. Ohne Scheiß. Naja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da oben da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein, Leute. Und Peace. Peace.